Auch unsere Mikrowellen-Fans haben im Mai ein besonderes Angebot, was es normal nicht gibt. Unser runder Pastameister ist, wie der Name schon sagt, für alle Pasta-Liebhaber ein Teil, das man unbedingt besitzen möchte, weil der Vorteil ganz einfach bei unserem runden Pastameister in der Mikrowelle besteht, dass Sie hier nicht warten müssen, bis Ihr Wasser auf dem Herd kocht, die Nudel da drin gegart wird, sondern Sie geben alles zusammen hier rein und garen es in der Mikrowelle und somit bleibt auch der Herd mit sauber und Sie haben keine Verschmutzung auf Ihrem Herd. Unser Pastameister hat einen Deckel, den Sie allerdings bitte nur benutzen zum Abgießen. Wie das geht, zeigen wir Ihnen gleich oder ich. Wir haben den Behälter, der auch hier diese kleinen Rillen mit hat. Somit ist es dann auch zum Ausgießen mit dem Pastameister und dem Deckel in Kombination eine ganz einfache Sache. Wie oder was muss jetzt hier mit rein? Auf Ihrem Reismeister, ich zeige es mal hier, haben Sie hier verschiedene Tabellen. Sie gucken bitte, wenn Sie die Nudel reingeben, wo sich Ihre Nudel befinden. Befinden sich Ihre Nudel bis hier hin, geben Sie bitte heißes Wasser bis zu dieser Wellenlinie hier oben mit rein. Ich nehme immer Wasser aus dem Wasserkocher, dann ist es schon mal schön heiß. Und dann kommt der Pastameister bitte, egal mit welchen Nudeln Sie hier drin arbeiten, offen in die Mikrowelle mit rein. Meine Nudel brauchen so lange ungefähr, wie es auf der Packungseinheit mit steht. Achten Sie darauf, dass es allerdings keine italienischen Nudeln mit sind. Die werden nichts hier drin. Alle anderen Nudeln funktionieren fantastisch. Sie müssen nur gucken, wie viele Nudeln hier drin sind. Wasser rein, ab in die Mikrowelle und der Pastameister arbeitet für Sie, ohne dass es zum Beispiel überpluppert. Wenn die Nudeln gar sind, müssen Sie das Wasser natürlich abgießen. Dazu nehmen Sie den Deckel. Der Deckel hat hier oben ein Piktogramm mit einem Pfeil. Den Deckel geben Sie über diese Löcher hier drüber, halten Ihren Pastameister hier fest und gießen Ihr überschüssiges Wasser einfach ohne Sieb hier mit aus. Möchten Sie Ihre Nudel hier drin servieren, dann würde ich Sie bitten, den Pastameisterdeckel rumzudrehen. Somit sind die Sieböffnungen hier vorne geschlossen und dann bleiben Ihre Nudel auch hier drin schön heiß. Und Sie können dann getrennt voneinander zum Beispiel die Soße, das Pesto oder was Sie zu den Nudeln genießen möchten, zum Beispiel dann auch hier mit einsetzen. Zum Reinigen einfach in die Spülmaschine mit reingeben oder mit Hand reinigen, wie es Ihnen beliebt. Unser Runder Pastameister, ein Produkt, was es nur jetzt im Mai im Angebot gibt, für 19,90 Euro.